Oha Leute, es gibt einen der einfachsten XP-Tricks und um schnell Level 100 zu werden, Maps aller Zeiten. So einen einfachen Trick wie in diesem Video habe ich noch nie gesehen und im heutigen Video zeige ich dir auch natürlich den Map-Code und wie du richtig einfach und schnell das Ganze machen kannst. Das hier ist der Map-Code, auch wie immer ganz oben hier auf meinem Kanal, Avis, in der Videobeschreibung zu finden. Alle Tricks sind unter 3 Minuten in der Regel, außer sie sind extrem lang, deswegen viel Spaß auf jeden Fall damit. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr sowas feiert, Freunde. Ich versuche mich immer kurz zu halten, uncut das Ganze zu lassen, damit ihr auch seht, wie das Ganze funktioniert, Freunde. Und gehe auch möglichst immer trotzdem ins Detail. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke für den Support. Wenn ihr die Glocke daneben auf alle stellt, drückt mal jetzt alle auf die Glocke und stellt da mal auf alle, dann kriegt ihr immer eine Nachricht auf euer Handy. Wenn ich ein Video raushaue, extra für euch eine Nachricht auf euer Handy. Vielen Dank für den Support und dann seid ihr immer die Ersten und könnt immer als erstes am meisten XP machen, denn die Ersten kriegen immer am meisten Freunde. So, wenn die Map jetzt gestartet hat, geht es auf jeden Fall auch direkt los. Bam, boom, wir drücken jetzt hier auf Spiel starten. Wenn ihr jetzt das Spiel gestartet habt, Freunde, können wir auf jeden Fall loslegen. Alles, was wir tun müssen, ist hier einmal auf, wenn ihr diese Nachricht bekommt, Support zu drücken. Ihr werdet teleportiert, macht hier ein Emote. Wenn ihr den Emote gemacht habt, geht ihr hier vor dieser Golden Statue, geht hier rein und gebt hier einfach mal OG, Skin oder O-G-S-K-I-N. Alles klein zusammen geschrieben ein oder irgendeinen anderen Code, zumindest wir kriegen die Explosion. Jetzt können wir uns schon die XP gleich holen, wir werden jetzt hier nach vorne geboostet und alles, was wir machen müssen, wenn wir von dort kommen, ist jetzt von der Sicht aus von dort nach rechts zu laufen, auf der Höhe des Trampollins, also hier, sprich hier lang. Wenn wir das Ganze machen, solltet ihr dort vorne unseren Knopf erwarten und das war es auch schon. Und dann kriegen wir AFK-XP. Ihr könnt das ganze Zeit wiederholen, bis ihr keinen XP-Boost mehr habt und am nächsten Tag weitermachen. Wie gesagt, der ganze Knopf sollte dann hier irgendwo sein, genau hier in der Ecke. Ihr habt ihn gerade schon gesehen, er ist manchmal ein bisschen schwer zu sehen. So, zack, da habe ich ihn auch schon. Das war es auch schon und jetzt kriegen wir pro Sekunde 1500 XP. Ihr seht die XP-Rattern darunter. Viel, viel Spaß auf jeden Fall damit, Freunde. Ich denke mal, das ist ein sehr, sehr cooler Trick. Viel Spaß, nutzt es gerne aus, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.